Diese hier zum Kauf angebotene neuwertige 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in München. 2006 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche und einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Wohnfläche von ca. 84 m² beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 435.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.